Moin Moin, jetzt mal wieder bei uns Flensburg. Ich grüße euch. Es geht weiter mit dem FS17. Da ist eine ganz neue Map rausgekommen. Hier ist die Gold Quest Valley. Das hier Bau 1.0. Und hier stehen wir gerade unten beim Händler. Und da wird Saat und Dünger geladen. Es geht oben, die Klappe wird zu, wenn man von Dings wegfährt. Wenn man wieder ran ist, geht es wieder auf. Das ist schön gemacht schon mal. Also da sind auch die schönen Sachen hier, die beim neuen FS17 sind. Bloß ich weiß nicht, was mit den Aufnahmen ist. Mal sind die hell, mal sind die dunkel. Naja, Hauptsache, wenn man sieht was, ist das schon mal richtig. Da kommen eigentlich auch so schöne Motze eigentlich zurzeit auch so raus. Bloß, äh, ich weiß nicht, ob man drauf ist, dass endlich mal Kursplay kommt. Ich hoffe, dass das bald kommt mal. Weil das kann man wirklich also hier gut gebrauchen, also... Weil sonst ist ja das hier eigentlich immer das Gleiche, sodass man höchens mal eben andere Maschinen nehmen kann und auch ausprobieren kann, damit man weiß, welche nachher, wenn mal eine schöne Map oder nicht Kursplay was rausgekommen ist, dass man die dann benutzen kann. Aber ich sage, diese Map bin ich auch ganz schick. Die ist sehr hoch, die ist schön umgebaut. Naja, schaut euch das selbst an. Ich glaube, diese Map, also werde ich für nichts anderes drauf kommen, werde ich jetzt erstmal eine Zeit lang spielen. Na gut, ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, ich schnack nicht so viel und so gerne. Da sind andere, die das wesentlich besser können wie ich. Na, hier fahren wir zum Hochbein. Da könnt ihr schon sehen, dass das alles umgebaut ist hier. Na, wir haben jetzt hier einen großen Silo. Dann haben wir einmal für Kartoffeln, Zuckerrüben. Das hier rechts. Da können wir, hinten ist dann auch für Strohverkauf. Hier hinten rechts das rote Gebäude. Und jetzt funktioniert auch alles einwandfrei. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich sage auch einen schönen Tag. Ich sage moin, moin. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Beners Flensburg. *** Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Sollte Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020